Luftdruck wird erhört. Ja, liebe Jutta-Freunde, das macht der Bau raus. Ich muss da noch schnell ein bisschen Mist raus, aber den Mistsetter ist Maschinenring Erzigen geholt und der ist gerade frisch geprüft worden, total sauber. Ich darf den fast nicht benutzen, so sauber ist der. Alles schön gewaschen. Ja, das heisst für mich dann habe ich nicht viel Mist, nur ein kleiner Haufen, es ist mehr Kompost, aber der muss raus, der muss sich gerade die Maschine sich auch sehr gut waschen. Busch, 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 Busch. Turrsch, Busch, 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 Busch. Aus der Straße zu kommen, wir sind nicht mehr Kompost. Die Maschine sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, die Abenteuerung muss mehr, oder? Die Maschine war so sauber, jetzt ist sie an mir hängen geblieben. Das ist vielleicht der letzte, der diese Maschine, das ist ja auch, ich weiss es nicht. Ich wurde ja frisch geprüft im MFK und war ganz total sauber. Und jetzt bin ich auch am Hatschen. Ich will sie wieder so sauber in Rössel bringen. Was muss man mit Maschinen legen? Das hätte reinigen und immer ein besonderes Vergnügen.